Quevedo Strategy Partners ist eine Transaktionsberatung mit einem Team von mehr als 10 Beratern und Analysten, die Teil einer Unternehmensholding sind. Kurz gesagt, erfassen, verarbeiten und filtern wir durch visuelle Analysen, soll Transaktionsdaten aus mehr als 40 Ländern. Diese Daten verdichten wir zu relevanten und spezifischen Informationen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Mehr als 100 Kunden konnten mit Informationen neue Märkte identifizieren und neue Kunden gewinnen. Was würden Sie denken, wenn Sie beim Pokerspielen in die Karten Ihrer Mitspieler schauen könnten oder übertragen auf Ihre Auslandsgeschäfte, die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber in Wachstumsmärkten zu kennen? Was würde das für Sie bedeuten? Vier wesentliche Vorteile ergeben sich aus der Analyse der Transaktionen Ihrer Wettbewerber. Sie kennen das Umsatzvolumen jedes Mitbewerbers in den Zielländern. Sie kennen auch das Verkaufsverhalten Ihrer Wettbewerber, also deren Kunden, die verkauften Mengen sowie den Preis und die Häufigkeit der Verkäufe. Als ob das noch nicht genug wäre, lernen Sie die Namen der Wettbewerbskunden kennen und deren Kaufverhalten. Alles in allem erhalten Sie relevante Informationen, um eine Expertenstrategie zu definieren, Auslandsmärkte zu erschließen und neue Kunden zu gewinnen. Ein Blick in die Karten der Mitbewerber war bisher nicht möglich. Jetzt können Sie Einsicht nehmen und profitieren. Erzielen Sie die besten Leistungen für Ihr Unternehmen und nutzen Sie das reale Wissen über die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber in den Wachstumsmärkten. Sichern Sie sich jetzt den Vorsprung vor Ihren Wettbewerbern. Machen Sie den ersten Schritt und fordern Sie jetzt eine kostenlose Vorstudie an. Quevedo Strategy Partners. Wir sind kein Datenlieferant. Wir sind Business Enabler. Unsere Arbeit beginnt dort, wo Ihre eigene endet.